Royal Baby Space Shuttle Die erste Besonderheit bei diesem Kinderfahrrad steht bereits im Namen, denn der Rahmen ist nicht aus Stahl oder Aluminium, sondern aus Magnesium. Dieses Material ist besonders gut, da es leicht und gut zu verarbeiten ist. Dennoch hat dieses Fahrrad mit einer Größe von 14 Zoll ein Gewicht von knapp über 12 Kilogramm, alternativ gibt es das Fahrrad in weiteren Größen. Es wirkt futuristisch und das ist natürlich Absicht. Mit dem Design sollen vor allem Jungs angesprochen werden. Der Rahmen ist formschön und schnittig verarbeitet, die Felgen sind ein echter Hingucker. Bei den Bremsen geht Royal einen anderen Weg als bei vielen anderen Kinderfahrrädern, denn es gibt bei diesem Rad keine Rücktrittsbremse. Gebremst wird stattdessen vorne und hinten mittels einer Scheibenbremse. Diese werden mit den beiden Handgriffen links und rechts am Lenker bedient. Dadurch hat ihr Kind beim Zurücktreten keinen Widerstand, ähnlich wie bei modernen Rädern, für Erwachsene, die mit einer Kettenschaltung ausgestattet sind. Reflektoren sind nur an der Rückseite angebracht, sowie an den rutschfesten Pedalen. Alle anderen Reflektoren fehlen. Stützräder sind in der Lieferung enthalten, sodass sich ihr Kind beim Fahren lernen sicherer fühlen kann. Bis zum nächsten Mal.